Was geht dir, Lusa? Sorry für die Verspätung vor Reklam, aber ich musste mein neues Auto noch tanken. Ach, hab ich's gar nicht erzählt, ja? Ich hab hier jetzt ein neues Auto. Ah ja, ist das da vorne dein Auto? Das graue Auto? Ja, Erstwagen halt, nur das Beste. Wieso fragen Sie? Beide scheinbar vergessen, aus die Handbremse anzuziehen. Was? Nein, oder? Oh!